Zum Mitnehmen. Ja, bitte. Entschuldigung. Warum schneiden Sie das aus? Gewöhnen Sie sich schon mal dran. In der Pension werden Sie weniger für Ihr Geld bekommen. Entschuldigung. Hallo. Geht zurück, bitte. Jetzt vorsorgen und noch vor dem 15.12. 1,5% Garantiezins sichern. Kommst mit der Wiesch, ne? Generali unter den Flügeln des Löwen.